Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist wieder der Marc Wuster Bandpapa mit dem wöchentlichen Rückblick und der Vorankündigung. Rückblick, Warehouse Stage mit Mein Schuh, kleines nettes Duo, hat überhaupt nicht so gewirkt, es war ein riesen Konzert, vielen Dank dafür. Danke auch an den Stefan für das Einspringen an der Moderation, ich war nämlich im Urlaub. So, coole Sache das, Mein Schuh sind auch in meinem Podcast Bandpapa plaudert am Start, den findet ihr unter Bandpapa plaudert bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr Podcasts hört, gibt es eigentlich überall. Ansonsten, was haben wir denn noch? Genau, nächster Gig, 13.06. Anina Struwe und Hugo Onion, Funk vom Feinsten, da könnt ihr mal so richtig abrocken, es wird eine super Sache, es sind drei Leute, aber ich weiß, die werden die Bühne abreißen und ich freue mich drauf, warehousestage.de oder eben bei den Künstlern selber auf dem YouTube-Kanal. Haut rein, ciao!